Musik Ich bin der Arthur Schultheis, arbeite bei ThyssenKrupp-Bildstein. Ich bin der Alex Schultheis, arbeite auch bei ThyssenKrupp-Bildstein. Ich bin Azubi im dritten Ausbildungsjahr als Industriemechaniker. Weil wir einen starken Betriebsrat bei uns haben, ist es der Normalfall, dass Azubis bei uns übernommen werden. Deswegen braucht ihr bei Natos einen starken Betriebsrat. Genau.